Mh, Kaffee ist so geil, wie Clowns im Zirkus, manchmal. Ja, folgendes, 1% aller Amerikaner, aller erwachsenen Amerikaner sind im Gefängnis. Das muss man sich mal vorstellen, 1%! Hallo, aufstehen! 1%! Das ist jeder hundertste Amerikaner ist im Gefängnis. Das ist viel zu wenig. Wir müssen was dagegen tun. Nein, das ist natürlich viel zu viel. Was geht denn da ab? Und es ist nicht nur 1%, sondern jeder 30. Amerikaner zwischen 20 und 34 Jahren ist im Gefängnis. Aber jeder neunte schwarze Amerikaner zwischen 20 und 34, da ist doch irgendwas faul. Da stimmt doch was nicht. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Und das hat unter anderem mit dieser Three Strikes and You're Out-Regel zu tun. Die Gefängnisregeln richten sich nach dem Nationalsport Baseball. Wenn du das dritte Mal eine Straftat begehst, kriegst du lebenslänglich. Egal was es ist. Es gibt einen, Straftat begangen, Strafe, Straftat begangen, Strafe, drittes Mal lebenslänglich. Es gibt einen, der hat dann drei Tüten Chips geklaut und kommt dafür 25 Jahre ins Gefängnis. Das ist doch nicht normal. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. So. Jetzt kommen wir zum Zirkus. Zirkus habe ich total gern. Tolle Kunst. Aber, äh, Tiertresuren. Da habe ich was gegen. Tiertresuren müssen gestoppt werden. Diese Tiertresur, das geht gar nicht. Das, also jetzt nicht, weil mir die Tiere leid tun, so aus Tierschutzgründen, nein. Sondern weil es einfach total langweilig ist. Was machen die denn? Die laufen, die Pferdchen, die laufen im Kreis. Und dann schnallst der mit seiner Peitsche und dann laufen die in die andere Richtung im Kreis. Es ist drei Minuten, fünf Minuten. Boah, ist langweilig. Das können Menschen doch auch. Das würde ich gern sehen. So ein paar Menschen, die im Kreis laufen. Ist viel lustiger. Mehr habe ich nicht zu sagen. Kaffee ist geil. Text. Messaging. Steht da noch. Betrunkene Hausfrauen habe ich gemacht. Squirrel. Ich glaube, morgen reden wir über Eichhörnchen. So, bis dann.